Bergauf. Eine andere Richtung kennen Manuel Späth und Jens Schöngart heute nicht. Die beiden Göppinger machten sich mit uns auf den Weg nach ganz oben. 684 Meter hoch auf den hohen Staufen. In der Liga findet man frisch auf, diese Saison allerdings nicht in luftigen Höhen. Das Team bleibt unter den selbstgesteckten Erwartungen und liegt aktuell auf Tabellenplatz 12. Aufgrund der Qualität des Kaders gehören wir da nach hinten nicht hin. Nichtsdestotrotz spielen wir wirklich eine schlechte Saison durchweg. Wir haben dann nach der Winterpause so das Gefühl gehabt, dass wir jetzt den Zeiger so ein bisschen oder den Schalter ein bisschen umgelegt haben und jetzt irgendwie auch uns gefunden haben. Uns werfen dann immer wieder vielleicht Verletzungen oder Ausfälle von einzelnen Spielern zurück zum Teil und können halt nie richtig so mal in einem Flow kommen und unsere Leistung so Woche für Woche mal aufs Parkett zaubern. Ganz hoch hinaus kann es für den Traditionsverein diese Saison aber noch gehen. Beim Final Four um den EHF Cup. In eigener Halle, der Hölle Süd, geht frisch auf Göppingen in diesem Jahr als Titelverteidiger ins Rennen. Klar, das denkt man gerne an das Final Four in Norden zurück. Und dass man da vielleicht kann es auch nochmal positive Energie freisetzen, wenn man da an den Triumph denkt. Aber alles in allem ist es ein neues Turnier, neue Gegner und wir wollen natürlich hier in unserer eigenen Halle den Titel verteidigen. Aber allzu sehr dürfen wir da nicht ans letzte Jahr denken, sondern müssen uns jetzt auf die neuen Aufgaben konzentrieren. Ich glaube schon, dass wir auch die Qualität haben in der Mannschaft. Das haben wir, glaube ich, alle Spieler, die Teil des Kaders sind oft genug bewiesen. Aber klar, es kämpfen natürlich auch noch drei andere Mannschaften mit uns. Und so wie es im Moment aussieht, wird es auch die ein oder andere deutsche Mannschaft noch dabei sein, die halt auch den Anspruch an sich stellen, den Pokal zu gewinnen. Für Manuel Späth wird es der letzte Auftritt auf internationalem Parkett mit Göppingen sein. Nach elf Jahren verlässt er die Schwaben am Ende der Saison. Weit weg zieht es ihn allerdings nicht. Für Stuttgart läuft er in der neuen Spielzeit auf. Und genau auf den abstiegsbedrohten TVB trifft der Kapitän in seinem letzten Spiel für frisch auf. Es wäre natürlich schon für mich ein bisschen so der Worst Case, dass es da bei Stuttgart noch um alles geht. Also ja, in meinem letzten Heimspiel natürlich für Göppingen wünscht man sich einen Sieg. Da möchte man sich mit einem schönen Erlebnis verabschieden. Deswegen hoffe ich einfach, dass es die Jungs aus Stuttgart bis dahin schon geschafft haben und wir dann ein schönes letztes Spiel haben, wo wir dann auch zusammen nach dem Spiel auf das Saisonende anstoßen können. Zusammen auf der Platte stehen, das wird für diese beiden leider nichts mehr. Schöngart fehlt seiner Mannschaft aufgrund einer komplizierten Daumenverletzung bis zum Saisonende. Aber obwohl die Ziele der letzten Spiele nicht an eine Platzierung geknüpft sind, natürlich fiebert der 28-Jährige an der Seitenlinie mit. Wichtig wird halt sein, auf jeden Fall, dass wir gerade in den Heimspielen unseren Fans nochmal ein anderes Gesicht zeigen. Das fängt bei Einstellungen und dem Wille, um jeden Ball zu kämpfen, an, denke ich. Und ja, dass wir da nochmal ein paar schöne Heimspieler haben. In erster Linie gilt es darum, dass wir einfach besseren Handball wieder spielen. Also was wir momentan spielen, das entspricht nicht unseren Wartungen. Und ja, das ist weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben. Und da liegt das Augenmerk jetzt drauf. In der Liga waren die Göppinger in dieser Spielzeit keine Gipfelstürmer. Auf europäischer Ebene lief es dagegen richtig rund. Und vielleicht können sie im Mai die internationale Spitze des EHF-Cups erklimmen. Okay. Vielen Dank.